Und damit willkommen zurück zu Vampires Dorn Teil 3. Wir haben in der letzten Folge einiges an Menschlichkeit wieder gewonnen und festgestellt, dass wir einen Beherrschungsring gefunden, übernommen haben, den wir natürlich jetzt gleich auch genutzt haben, um Blutpasteten herzustellen, anstatt einfach nur einen besseren Rüstungshändler zu besitzen. Und in dieser Folge wollen wir wieder eine Quest angehen und zwar wäre das die Quest mit dem verlorenen Fischer. Die Schuh 40er Quest, wir sind ja knapp 48, 49 um die Drehe und das soll in Uldur sein, das ist diese Schneestadt, wo ich gerade daneben bin und zwar im Westen. Gut, dann gucken wir mal. Hilfe, so helft mir doch jemand. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Da hängt er. Ich bleibe gleich runter. Kann mir jemand helfen? Das klingt, als bräuchte Christinas Mann unsere Hilfe. Beinen wir uns, das klingt nicht gut. Zumindest, wenn wir unsere Belohnung haben wollen. Dann schauen wir mal nach dem Wicht. So, wir sehen keinen Counter gerade. Regenerierend. Ich habe keine Ahnung, was das für ein anderes Symbol ist. Spiegel. Zauberangriffe zurückwerfen. Prostmar. Wir sind nach uns dran, was erstmal positiv ist. Wir probieren erstmal. Schlaf. Also kann sein, dass es zurückgewogen wird. Ja, wir wollen es aber testen. Äh, ne, ne. Eis-Kreaturen immer erstmal einen Feuerzauber drauf haben. Weil, könnte ja was bringen. Selene macht mal Plitz-Zauber. Das könnte auch interessant sein. Walner macht mal dunkle Schatten. Und der Werwolf macht mal diesen Schmerz. So, wir gucken, ob alles zurückkommt. Okay, das geht zumindest durch. Feuer resistent. Also Plitz ist okay. Laugh hat gewirkt. Loog der... Okay. Oh, was ist das? Kalte... Wahrscheinlich diese kalten Knochen nehme ich an. Ähm... Dann lasst uns doch mal Schlaf weiterhin zaubern. Erlehn wechselt aber zur Angriffshaltung. Geht drauf. Blitzschlag. Ist okay. Walner macht weiter dunkle Schatten. Der... Werwolf... Macht mal auch weiter. Man kennt es, diese typischen Eisfährte. In der Nähe von Steppen. Verteidigung runter. Okay, und 900 Leben zurück. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine Sache ist, die wir dort haben, aber... Wir haben es halt gekriegt. Äh... Blitz. Walner macht dunkle Schatten. Werwolf macht wildes Metzeln. Wildes Metzler. Okay, dann kriegt Schaden zurück. Also wahrscheinlich, wie brennt das hier so eisig, der Zustand, denke ich mal. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal Asgors zuerst dran. Dann kriegt er hier die Möglichkeit, den Schmerzriss zu zaubern. Dann greifen wir normal an. Da wechselt jetzt mal die Angriffshaltung. Und dann kriegen wir alle normal an. Wo kann es einfach sein, dass wir... ...einen Kälte dort haben bei uns drauf. Normale Seele. Und 3, 4. Das heißt, wir gucken mal ganz schnell durch bei Questlog. Zustand im Kampf, genau. Was ist denn, bitteschön, dieses komische Frostbrand? Schaden über Zeit. Empfindlichkeit gegen Eismagie. Charakter kann ich ausweichen. Resizierte Abwehr. Ah, kalte Knochen. Ist klar. Überrasse gibt es Sinn. Vampirstein. Wir retten ihn natürlich, bevor wir die Tasche nehmen. Oh Gott sei Dank. Bitte. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Zieht mich rauf. Na los, Asgur. Mach schon. Wirst Mann retten. Ach, was soll's. Komm her. Danke, danke, danke. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich wollte eigentlich nur etwas fischen, bis plötzlich diese Monster aufgetaucht sind. Schade, meine Angel, aber immerhin bin ich nicht ins eiskalte Wasser gestürzt. Meine Frau macht nicht Sorgen um dich. Du sollst es schnellstmöglich nach Hause gehen. Jetzt werde ich. Meine Frau wird euch sicher für meine Rettung belohnen. Wir warten in Ulda auf euch. Ich hoffe, die Belohnung ist es wert, den Umweg hergenommen zu haben. Was? Ja, natürlich. Wir treffen uns dort. Und könnt ihr bitte noch meinen Rucksack mitnehmen? Meine Arme sind völlig erschöpft. Sehe ich aus wie dein verdammter Gepäckträger. Natürlich helfen wir dir auch mit dem Rucksack. Wir kommen in Kürze nach. Ich danke euch. Jetzt müsst ihr in die Richtung rennen, wo noch Monster ist. Genau in diesem Moment bereue ich meine Entscheidung. Du hast später noch die Gelegenheit, dem Kerl ein angemessenes Schicksal zu bescheren, Asgur. Passt bloß auf, dass nicht ihr diejenigen seid, die irgendwann mal an der Klippe hängen. Spart ihr deine lächerlichen Drohungen, Walner? Ich habe noch was vor. Also los jetzt. So, die Tasche. Verdammt. Was bildet sich der Kerl eigentlich ein? Soll ich auch noch seinen elenden Rucksack schleppen? Tja. Er dürfte einen Blick hinein nicht schaden. Das ist gar keine schlechte Idee. Okay, machen wir später. Ich gucke nochmal nach, wie weit das Gebiet noch ist. Hier ist noch ein Feind. Den wir auch nicht entgehen konnten. Es sind wieder zwei Pferde. Wir nehmen wieder Schlaf. Du greifst direkt an. Selene macht Magiefokus. Und geht mit Blitzschlag rein. Walner nimmt die dunkle Schatten. Und der Werbler hat einen Schmerz. So. Also eigentlich musste man hier nur einen Feind besiegen, um die Quest zu lösen. Aber den Kampf hatte man relativ sicher. Unterbacke. Leider. Oh, Pizzas könnt ihr auch. Oh. Okay. Sehr gut. Okay, du machst jetzt auch den Schmerzluss auf das Vieh. Oh, haben wir einen starken Einzelzauber? Machen wir das und du greifst direkt an. Ach, ich glaube ich habe einen Ring, der auch Eismagie schützt. Ich glaube es wäre clever gewesen, den zu nehmen, um ehrlich zu sein. Ach komm, jetzt können alle angreifen. Bei Schmerzluss noch aktiv, das sollte eigentlich langen. Soll da eigentlich langen. So, wir rüsten nämlich mal die gute Elaine. Ach nee, die hat Angriffszauber. Ich rüste mal lieber den hier aus. Mit dieser tollen... Ja, wo ist die hin? Ich bin schon ausge... Ach okay, stimmt. Selene hat die. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, die sollten wir auch nehmen. Wir geben mal ein paar Bluttränke weiter. Oh. Was habe ich jetzt genommen? Drei. Oh, die wollte ich gar nicht haben. Ne, gut. Ja. Habe ich nicht gemacht. Ich habe nichts gesehen. Ich wollte... Das ist eigentlich ausgerüstet. Schwarzlochkette. Dann kriegst du das halt. So, damit haben wir noch die Heilviola. Hier oben ist nichts mehr. Das ist der Weg zurück. Das heißt, der einzige Gegner ist jetzt noch dieser. So. Wieder zwei Pferde. Ähm. Sicherzaubermärmer Schlaf. Den hinteren. Den greift direkt an. Du machst Blitzschlag. Wallner macht dunkle Schatten. Werwolf nimmt den Schmerz. Das ist so. 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 Und dann los würde ich sagen. Okay eingefroren. Schade. Ähm. Dann machen wir mal Sicherheits... Ne. Komm. Nichts Angriff. Wir müssen hier weiterkommen. Sonst wird das nichts mehr. Und da kommt der Blizzard. Und der zweite Blizzard. Ich bereue schon meine Entscheidung. Gut. Jetzt sollten wir aber wirklich mal wieder einen Schlaf versetzen. Den hinteren zumindest. Dann können wir die vorderen angreifen. Weil er macht dunkle Schatten und der Werwolf macht hundertprozentig sein wildes Schlitzen. Weil der wird zuerst beim nächsten Angriff eh sterben. Nach Unwahrscheinlichkeit. Ja. Genau. Hm. So. Dann haben wir noch zweimal das schwerste Ding offen. Das sind die beiden Angriffe hier. Und der Rest macht halt Magie. Oh. Und damit ist Satz-Elaine weggeblattet. Ich glaube das Spiel kommt gerade nicht damit klar, dass der Werwolf dort liegt. Guckt mal an. Da ist jetzt gerade mehrfach hat das Bild geflimmert. Nun gut. Aber wir sind fast Stufe 49. Ähm. Nummer eins. Wir werden erstmal Alaine wieder beleben. Nummer zwei. Ich werde jetzt erstmal keine Blutsachen nehmen. Denn wir werden uns einfach köstlich tun wenn wir in der Stadt sind. so. Ich glaube wir haben sonst alles gemacht hier. Wir suchen jetzt die gute Frau die ihren Mann sucht. Das war aber alles relativ weit unten glaube ich. Das Haus oder das Haus rechts war das gewesen. Okay. Äh. Genau. Wir speichern aber mal. Denn wir können ja nochmal ganz kurz in den Rucksack gucken. Ob es sich lohnt. Was mag da wo drin sein? Benutzer. Na mal schauen ob hier etwas Nützliches drin ist. Heile Excel halten. Eisruhne. Hm. Das hat sich wenigstens gelohnt. Du kannst einfach nicht lassen. Was? Und nur noch die Belohnung von der Witwe. Hm. Die Menschen haben es einfach nicht anders verdient. Einfach nur widerlich. Ne. Ist okay. Ich lade. Ich frage es nur ob wir später wirklich an alle Runen kommen. Wenn wir nicht sowas mal machen mit. Aber naja. Das wird schon irgendwie gehen. Komm. Hier. Nimm mal deinen Rucksack. Das sind ja meine Retter. Vielen Dank nochmals. Falls es noch nicht geschehen. Red doch mit meiner Frau. Sie wird euch belohnen. Das wäre angemessen. Wo ist die gute Frau? Da ist die gute Frau. Ihr habt meinen Mann gerettet. Er hat mir alles erzählt. Vielen Dank. Ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe. Wir haben mal das Richtige getan. Und seinen Rucksack habt ihr auch noch dabei. Vielen Dank. Wie versprochen ist hier das Buch. Ich hoffe es ist nützlich für euch. Buch Tricks der Vampire gelernt. Irgendwie ekel ich mich gerade vor mir selbst. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen Büchern widmen. Wichtigkeit gestiegen. 23.000 Erfahrungspunkte gekriegt. Und wir sind Stufe 49. Sehr gut. Wir reden nochmal mit ihm. Dann gucken wir uns das Buch an. Achso kann man hier noch irgendwas machen. Also abseits von Flutzaugen. Enttricks der Vampire. Das klingt so nach, dass wir besser kämpfen können. Gegen dieselben. Wunderbar. Vielen Dank. Für den kurzen Umtrunk. So. Gegenstand. Das war ein Schlüsselgegenstand. Hier. Wird dauerhaft die magische Abwehr aller Vampire in der Gruppe. Ja. Hm. 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 Ich bin überrascht. Mit diesen Techniken sollten wir wirklich ein bisschen besser feindlichen Zaubern aushalten können. Elf magische Abwehr erhalten. Sehr gut. Fabulös. Gut. Achso. Wie sieht es eigentlich aus mit Silber? 998 mal 10 aktuell. Heißt also wir kriegen knapp 10.000 Füller extra noch auf der Bank neben 37 was wir mit uns führen. Ich würde aber sagen wir machen jetzt keine weitere Quests sondern wir gucken nochmal ob wir irgendwie ein zufälliges Gebiet finden wo es sich lohnt mal hinein zu schlüpfen. Gesundheit im Hintergrund. Du hast noch keine geheimen Orte mit passender Gegnerstufe entdeckt. Erkunde weiter die Welt. Das ist aber schade. Das hätte ich nun eigentlich mit passender Gegnerstufe. Die wollen mir also wirklich sagen es gibt kein Gebiet mehr wo nicht eine grüne Fahne steckt. Ich würde fast behaupten dass ich bestimmt schon mal ein zwei Gebiete noch irgendwo in der Gegend gesehen hätte. Hm. Entweder auf die schnelle so brute force mäßig irgendwas ohne jetzt irgendwas anderes erledigen zu müssen. Wenn nicht dann ist das eben so. Dann müssen wir uns eine andere Beschäftigung suchen oder ich muss halt mal wirklich eine Insel komplett abfliegen. Das wollte ich erstmal jetzt eigentlich vermeiden solange es geht. Hm. Ja. Wenn ja so ist muss man halt eine Mine noch erobern. Ich würde gerne auch die Erfahrung kriegen dass wir demnächst mal Stu 50 sind weil das wäre gut. dann können wir nämlich neue Ausrüstungen werden wieder mal etwas stärker unterwegs. So wo habe ich eine Mine gesehen? Das war doch irgendwo wieder hier oder das ist eine Insel ohne irgendwas drauf. Ist ich das richtig? Oder an dieser Mittelinsel genau im Zentrum des großen Ozeans. Nehm ich irgendwo hier? Ne. Wo war denn das schon wieder? Bin ich auch glaube ich vor uns mal vorbeigeflogen und habe noch irgendeinen dummen Spruch abgelassen. Genau hier. Wir gucken mal ganz schnell in das Questlog. Und sehen hier südlich von Linak befindet sich eine Suromine. Und westlich von... Okay Uldrin ist die stärkere. Südlich von Linak. Linak war irgendwo im Norden gewesen. Die Vampirstadt im Norden. Da gucken wir uns das halt an. Ich meine jetzt haben wir noch Zeit. Ich weiß nicht wie stark die Gegner werden. Keine Ahnung. Aber dann nehmen wir uns halt die Zeit jetzt dafür. Das eine war die Burg. Das müsste hier gleich sein. Richtig? Nein da bin ich nicht rein. Jupp. Und dann ist das hier also im Westen davon. Und dann ist das hier also im Westen davon. Perfekt. Meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Kann es nicht sein, dass damit auch das gemeint ist, dass es im Waldstück irgendeine Mine ist. Ansonsten wäre das ja irgendwo... Ach guck an. Hier sieht das so aus wie eine Silbermine. Silbermine zum goldenen Spiel. So. Wir gehen mal rein. Wir sind geheilt vollständig. Haben unseren Werwolf dabei. Und haben ein Gebiet namens Silbermine betreten. Wenn das kein schöner Zufall ist. Wir kriegen eine Blutflasche. Und gehen weiter. Hier ist eine weitere Silbermine. Eingenommen vom Heiligen Kreuzzug. Da müssen wir alle Soldaten vernichten, bevor wir hier wieder Silber abbauen lassen können. Oho. Vom Heiligen Kreuzzug. Oh Gott. Gut. Da speichere ich wirklich mal auf einen anderen Slot. Weil... Das kann ich mir sehr interessant vorstellen. So. Ran. Was haben wir denn? Wir haben Minenwächter und Minenaufseher. Ähm. Prinzipiell würde ich hier auch das Vorgehen vorschlagen. Schlaf auf den Hinteren. Erlen macht Magiehaltung und feuert den ganzen Mal richtig den Hinteren weg. Mit Feuerschwall. Erlen ist schon da. Macht mal bitte Blitzschlag. Walner. Ähm. Komm, Elfie, die Ausweichschance ist immer gut. Wollfielein, du machst mal ein Schmerzlust auf den ersten Wächter. Dann gucken wir mal, ob man da gut durchkommt. Okay. Blitzschaden haut gut rein. Feuerschaden ist gut, nur den hinteren Wächter nicht so. Der pennt jetzt aber. Er wird eine Ausweichrate für uns. Und Schmerzlust auf den ersten. Okay. 300 Schaden. Schüttiger Schnitt. Hat uns aber nicht wirklich tankiert. Gut. Dann, ähm. Asuka geht rauf. Hier kommen weiter die Zaubereien. Walner. Wir machen mal dunkle Schatten, damit zu gucken, wie gut das wirkt. Und unser Werbel greift direkt an. Ach so, jetzt habe ich natürlich die Magie nicht. Kein Magiefokus betrieben. Okay. Asuka, du machst wieder einmal Schlaf auf den hinteren. Ähm. Wir machen nochmal den Feuerschwall. Selene macht nochmal einen Blitzschlag. Schatten war jetzt nicht so übertrieben. Gut. Wir machen mal einen Direktangriff. Und der Werbel auch einen Direktangriff. So. Ein bisschen Feuer. Ein bisschen Schlaf. Und. Aufs Maul. Nein! Greift in den unteren an. Okay. Blutend müssen wir heilen. Das wäre mir sehr lieb. Ähm. Blutung haben wir aber. Was haben wir denn? Blutung zu heilen. Wie war das? Ich glaube, da müsste man ein Gegenstand nehmen. Und zwar kühlen das irgendwas? War das nicht so? Ja. Ähm. Ne. Das kostet mir zu viel Magie. Also Blutung im Sinne. Und wir greifen direkt an. Das ist dagegen gut. Das ist gut. Ach ne. Wir brauchen das nicht. Wir können direkt angreifen. So viel können die nicht aushalten. Ja. Und. Einmal drauf. Glutengestillt. Sicherheitshalber. Oh. Ich hab nichts gesagt. Das war doch. Ein Aoiangriff noch. Der dahinter bekannt. Starke Seele gekriegt. Oh. Weil zweimal schwache. Einmal stark. Gut. Zwei neuen. Einmal. Ähm. Boah. Okay. Der Kampf in ehrlich zu sein. Gucken wir mal, dass es noch so kommt. Da ist einer. Na komm her. Ja. Wir haben zwei Anführer, wenn ich das richtig sehe. Ähm. Feuer war ja nicht so geil. Das heißt, Elaine, wenn die keine andere direkte Möglichkeit hat, sollte sie angreifen. Hier nehmen wir wieder den Blitzschlag. Walnar nimmt die Auswahlschance erhöht. Und hier nehmen wir den Schmerzriss. So, dann kann Asgore direkt angreifen, Elen greift direkt an. Du machst... Jetzt schlagen den Rest bei Pet weiter an. Könnte reichen, wenn keiner daneben schlägt. Komm, wir haben heute noch nicht glücklich. Nein! Okay, Asgore greift. Nee, Asgore macht Schmerzen auf den Hinteren. Und der Rest greift direkt an. So, dann machen wir's. Wir hätten natürlich jetzt auch noch mal das Blitzzeug machen können. Aber hier kann ich jetzt ein bisschen Blut sparen. Ich könnte sogar jetzt mal, da Selene jetzt gerade meine aktive Bluttrinkerin ist, einfach mal beherzt zubeißen. Wir haben unsere erste Quelle von Starken Seelen. Aber ich glaube, die kommen nicht nach, selbst wenn wir die eingestellt hätten, weil es ja Miene komplett alle daten. So, wir haben zweimal schon mal starke Seelen gekriegt. 1.100 Erfahrung ist aber wenig eigentlich relativ dafür, dass das angeblich starke Monster sind. Wir haben ja schon andere gehabt, die normal waren und die haben uns ja gleich, weiß ich nicht, 2.800 gegeben oder so. So, na dann. Da ist noch einer. Wie sind's denn eigentlich noch? U3 noch. Wieder diese Combo. Wir nehmen Schlaf und die Hinteren auszunocken. Wir greifen normal an. Du machst deinen Blitzschlag. Ähm. Ach, Askar. Hast du zweimal Blutsaugung? Gleiches Problem, das letzte Mal. Du machst bitte mal... Gut. Du machst bitte mal Saugi, Saugi. Auf den Vorderen. Und er macht noch ein... ...grimmiges... ...kleines Extra. Da. Die Bluten? Nee, ist nicht gekommen. Okay, wir greifen direkt an. Seelen macht noch mal ihren Blitzschlag. Wird dann auch bald Blitzsaugen wieder. Greifen wir auch direkt an. Drauf Drauf Weg So, hier gehen wir rauf. Wer ist zuerst dran? Asgard ist zuerst dran Dann machen wir mal den Schmerzriss wieder drauf Direktangriff Ordentlich saugen In der nächsten Runde kann er nochmal Asgard einen kleinen Schluck nehmen Uh, das war ein guter Schlag Dann Ach komm, dann soll der Selen noch einfach mal saugen, weil die macht gerade so viele gute Zauber Und weg ist er Zwei starke Seelen Und wir werden uns hier Stufe 50 annähern Wunderbar Na komm Gegnerlein Ah ok, jetzt haben wir wieder die Konstellation Da Können wir aber auch Magie Fokus anmachen Weil da war ja der Feuer Das war ja ganz angenehm Seelen macht den Blitzschlag Walner Walner nimmt den Lebensschlag aus Wir will Spanzen haben Und hier machen wir noch das wilde Schlitzen Anstatt Schmerzen Ok, alle bluten Das ist ja auch erstmal ganz nett Dauert länger was von Dauert länger was von Hm Du greifst direkt an Hier haben wir Der Feuerschwall Hier kommt Das Normaler Angriff Rebelf macht mal Ja komm Ehe der Rebelf stirbt Kann man das auch nochmal machen Ja Ja Ok Wir greifen jetzt direkt den hinteren an Weil theoretisch jetzt der Rest durch die Magie fallen müsste. Ich würde Blut noch nicht nehmen, weil ich sonst Angst habe, dass eventuell gleich noch mal was kommt, wenn nicht alle sterben jetzt bei dem Aue-Angriff. Natürlich kriegt der hintere noch was ab, okay. Feuer wird ein Kill, ja. Ah, so knapp. Ist. 32 Blutwasser verliert durch das Bluten gerade, der gute Walmer. Und damit haben wir auch diese Feinde erledigt. Und wir haben Blutmangel, das sollten wir gleich wieder ausgleichen. Mit einem wunderschönen Drank. Ja, inzwischen sind die wirklich die, die man besser nehmen sollte. Ich wundere hier nur, dass hier überhaupt kein Geheimnis ist in der Höhle. Das hat man ja wenigstens irgendwie noch so einen Geheimgang an der Seite, aber hier sehe ich zumindest nichts. Na gut, komm. Rein in den Speck. Wir haben die kleine Konstellation wie gerade eben. Das heißt, Schlaf auf den Hinteren. Verlehn macht wieder ihren Feuer. Wollen wir nicht lieber hier mal Feuer verbrennen machen? Ich glaube, es bringt mehr. Blitzschlag. Walner, du machst mal den Nebelschleier. Das war eigentlich ganz gut. Und Werwolf macht den Schmerzriss auf den ersten Soldaten. Der zweite nehme ich den Dot ab. Der Anführer schläft. Wir sind ein bisschen ausweichstechnisch besser aufgestellt. Und 500. Okay. Ähm. Askar, würde ich sagen, saugt einfach mal. Erlen macht hier einen Feuerschwall. Die macht ihren Blitzschlag. Und Askar und der Weihwurf greifen direkt an. Ich frage definitiv wieder einen AOE-Feuerzauber, der gleichzeitig Verbrennen zufügt. Das wäre so viel hilfreicher. Anstatt hier immer zu überlegen, mache ich Verbrennung ohne Grundschaden oder Feuerschaden direkt. So Askar, du lässt den hinteren nochmal bitte einschlafen. Erlen, du machst Feuerschwall. Du machst Blitzschlag. Walner greift direkt an. Werwolf greift direkt an. Nur Sicherheit. Obwohl der nächste Angriff bestimmt den hinteren trifft. Ja. KI? Ich wünsch dir eine KI. So. Du hast es so gewollt. Na dann sauge ich doch mal deinen hinteren. Das Lehn macht weiter den Blitzschlag. Du greifst direkt an. Und du machst schon mal Schmerzriss auf den hinteren. Ja. Schade. Okay. Miss. So. Und dann kann das fröhliche Schlachten eigentlich beginnen. Wir ändern dann nehmen wir die Haltung auf Angriff. Hier nehmen wir nochmal das und ansonsten noch den Soldaten und dann halt. Perfekt. Wenn es drüber geht, gleich drauf. Und weg ist er. Und wir sind sogar wirklich jetzt Stufe 50 geworden. Das waren alle Soldaten geliebter. Die Mine ist nun wieder einsatzbereit. Dann erschaffen wir mal den ersten Skelettdiener. Sehr schön. Genau am Rand hinlang gehen. Schlecht. Meister. Hör zu, du dummes Skelett. Ich möchte, dass diese Silbermine wieder in Betrieb genommen wird. Meister, das sollte kein Problem sein. Das Silber in diese Mine ist schwierig zu schürfen. Wir werden Zombies oder Echsen benötigen. Na schön. Dann sprecht mich erneut an, wenn ihr weitere Diener für die Mine erschaffen wollt, Meister. Brauchen wir dafür. Wir brauchen wieder normale Seelen. Jetzt wäre nur die Frage, haben wir genug von diesen Seelenkristallen? Um 9 Stück mal 45. Wir müssen bestimmt wieder 10 reinsetzen. Ich habe ja, ich könnte gerade 5 verbraucht. Ich könnte noch 2 mal machen. Ach nee, wir brauchen ja noch 4, oder? Da war ich 40. Jetzt habe ich schon 35. Brauche ich noch. Ich habe selber noch 11. Das heißt, ich brauche noch 24. Ich muss also 5 mal diese Seelenkristalle opfern. Okay, ich melde mich gleich wieder. Dann machen wir die Mine noch gleich voll. Bis gleich. So, ich habe jetzt genügend normale Seelen gesammelt. Das heißt, jetzt können wir noch 4er opfern und maximale Produktivitätsstufe. Sehr gut. 24.200 Erfahrungspunkte gekriegt und demnach Stufe 50. Sieht ganz gut aus. Ansonsten natürlich mit Stufe 50 haben wir jetzt auch wieder freie Slots. Das heißt, Eiszauber könnten reingehen oder was auch immer. Können wir ganz kurz testen. Bei Erlen der neue Feuerzauber ist Tauen. Das klingt, als würde da irgendwas anderes wegkommen mit Heiltgefroren, Frostbrand, Nass und kalte Knochen. Ja, wenn man gegen Eisgegner kämpft, kämpft schon okay. Ansonsten weiß ich gerade auch nicht, ob das jetzt die beste Variante ist. Okay, der Slot ist hier gerade noch frei. Das Tauen ist jetzt nicht so das übermäßige. Bei ihr würde ich schon mal interesserhalber wissen wollen. Also Eis und Status nehme ich mal weg, wie gesagt. Kettenblitz, was kann das? Kettenblitz ist hier. 3 zu welche Gegner. Blitzschaden, Baustärke 100. Beursacht Lähmung, 10 Prozent. Ah, schon nicht übel prinzipiell. Aber das Schmerzensding war halt auch nicht schlecht. Und Schlaf ist halt auch ein Zauber. Na, ich lass ihn mal drin. Bei ihr. Und hier könnte man noch eine Feuerruhne, Schattenfeuer, schattenfähige Feuer. Das klingt ja sehr spaßig. Was haben wir jetzt? Ah, Schattenfeuer. Ein Gegner. Vorusacht immer 1500 Schattenschaden. Vorusacht immer alle Gegner. Oh, Mann, wie viel. Deswegen auch. Es kostet viel Blut. Wirklich viel. Aber macht halt auch... Na, das ist eigentlich fast nicht wert, oder? Wenn es immer genauso viel als... Wir haben ja schon Gegner gehabt, die deutlich mehr Leben haben. Das ist eigentlich nicht wert, so dermaßen viel Blut dafür auszugeben. Bin ich dagegen. Schattenklinge, Schattenresistenz, glaube ich, das hatte ich auch schon mal gehabt. Okay, dann würde ich mich darum kümmern, dass alle Leute eine bessere Ausrüstung kriegen. Jetzt im Stufe 50. Ähm... Ja. Und damit haben wir jetzt also schon insgesamt vier Mine eingenommen. Im Stufe 50 müssten wir auch wieder einige Quests machen können. Denn wir können inzwischen die Feuer des Schmieds machen. Saat des Bösen. Gottes Kriege. Die Hinrichtung. Da sind ja schon drei Quests neben ein paar Gebieten, die wir bestimmt jetzt so angehen können. Dass ich mal denke, dass wir einiges an XP für den nächsten 5er Aufstieg kriegen werden. Also, bis demnächst, euer Landeturn. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.